Aber jetzt hatten wir doch neulich schon die Sache mit GameStop, wo dann auf einmal ganz viele Kleinanleger auf Reddit sich organisieren und den großen Hedgefonds Paroli bieten. Das ist selbstverständlich, weil ich gehe fest davon aus, und das sind ja die angeblichen Querdenker, die sich auch nicht alles gefallen lassen wollen. Die sagen, ich möchte auch meinen Teil vom Kuchen haben, ich lasse mich nicht enteignen durch Inflation und Niedrigzinsen. Wie machen das die Milliardäre, die Hedgefonds Milliardäre, die ich mal gehörte. Und wir werden denen jetzt mal richtig erklären, was ein Short Squeeze ist. Koordinieren sich grob 8 Millionen Konten, sagt man, bei Robinhood und sagen, wir haben uns diese Aktien vorgenommen. Und einige sind sogar, das ist jetzt ein bisschen technisch, sind so Short, so auf Leerverkauf, dass bei 112 Prozent, da ist schon eine Illegalität in der Kursmanipulation der Elite oder der Hedgefonds Community. Und die sagen, Schluss damit. Das ist nun eine Form, ja, ich würde fast sagen, der Rebellion. Also damit ich vielleicht kurz versuche zu erklären, wie ich das verstanden habe, ist es so, ist es tatsächlich so, dass die mehr Aktien geshortet haben, als tatsächlich existieren? Ja, genau. Kannst du mir erklären, wie das funktionieren soll? Ich kann es ganz leicht erklären. Wenn ich eine Aktie verkaufe, die mir nicht gehört, dann muss ich mir die vorher geliehen haben. Und wenn es 100 Aktien gibt und 100 Short sind, ist das noch irgendwie denkbar, falls sie sich die Laie irgendwo organisiert haben. Wenn ein Auto geliehen, ich verkaufe, dann verkaufe ich es zurück irgendwann. Aber wenn, sag mal, 112 Aktien leer verkauft sind, was geht da mit diesen 12 ab? Das ist blatant, es ist offensichtlich illegal, außer sie arbeiten mit dem Market Maker oder sie hoffen, dass zwischen Leerverkauf und dem sogenannten Settlement der Abwicklungstransaktion, dass ich sie auf 30 Tage vielleicht da vorne schiebe und die Nummer durchziehen kann, ja. Aber es ist trotzdem, es stinkt massiv in den Himmel. Und die, sag mal, die Reddit und die anderen Communities, die gesagt haben, ey Buddy, GameStop war eine ziemlich günstige Aktie, die hatten mehr Cash als Börsenwert. Die waren auch nicht defizitär, okay, das ist ein Aussterbemodell, ja, offline, lokal diese Games zu verticken. Aber es war kein hoffnungsloses Geschäft. Netflix war auch mal so eine Bude, so eine physische Bude, ist heute mehr als 100 Milliarden an der Börse wert. Also nicht hoffnungslos. Ein großer Hedgefondsmanager, also einer der, sag mal, Hedgefondsrebellen, hat das auch gekauft und erkannt. Und jetzt wurden die Hedgefonds abgeschlachtet. Weil was die definitiv nicht machen wollen, die wollen Verlust machen. Jetzt setze ich auf fallende Kurse mit 10 Millionen bei GameStop. Das heißt, wenn der Kurs 80 Prozent fällt, habe ich 8 Millionen verdient. Jetzt steigt er an einem Tag um 80 Prozent. Ich bin nicht amüsiert. Aber es ist nicht, dass er von 10 oder 100 auf 180 gegangen ist. Das Ding hat sich verfünfzigfacht. Da sind Milliarden verloren gegangen. Und das war eine koordinierte Aktion und es ist eine Zeitgeist-Aktion. Von beiden Seiten. Ja, das ist auch eine Querdenker-Aktion. Enough is enough. Es reicht. Und das ist ja der große Denkfehler in der politischen Mathematik, warum ich die Parteien etwas kritisch sehe. Mir kann keiner erzählen, wenn ich allein schon ein wahlberechtiges Z nehme, Y, Teile der X-Generation oder ältere Querdenker, ich habe keine Meinung hier gerade, absolutistische Meinung zum Corona-Thema. Und ich habe auch keine, wenn jemand, wenn jemand, der meint, der muss, soll jetzt diese Steuerzahlen entfernen, ist es auch okay, alles gut. Alles gut, öffentliche Regime hat gute Beiträge. Fakt ist definitiv, 30 bis 40 Prozent der deutschen wählenden Bevölkerung fällt auf, dass hier der Laden stinkt und nicht funktioniert. Und diese Anzahl von Menschen, die sich noch wirklich kümmern, die nicht, die Politik, das ist die Lösung, ich arbeite für den Staatsdienst, das ist ein Riesenblock. Das ist siebenmal, was die FDP heute ausweist. Wo ist der Denkfehler? Wir wissen doch aus Trump, der kam aus einem reinen wirtschaftlichen Background, durch klare Ansagen ist der US-Präsident geworden. Das habe ich auch vorausgesagt in einem meiner Bücher. Also da ist die Marktlücke, die Marktlücke, Tim, ist heute Authentizität, Bürgernähe, guter Charakter, Ehrlichkeit. Und das Letzte ist, niemanden nach dem Mund reden, Konflikt unbefangen. Einfach mal das machen, was für unser Land richtig ist. Und für unser Land ist nur eins richtig, und es ist der einzige Kernerfolgsfaktor, ist, dass wir schlank, rank, effizient, effektiv werden. Wenn wir den ganzen Apparat halbieren, dann sind wir wieder wer. Und wir können für die Generation, die jetzt aufstehen, eine Perspektive schaffen. Wir haben die Zukunft der unter 45-Jährigen schon verkauft, ausverkauft. Es ist der Turnaround Deutschlands. Der steht an, alles andere ist Makulatur und schön Malerei. Du sagst immer so viel, aber ich weiß gar nicht, wo ich ansetzen soll. Also erstmal bei der Trump-Sache, hier kurz der Pressesprecher in mir. Bei der Authentizität gebe ich dir recht. Ich glaube, dass das etwas ist, was Politiker sehr lernen können. Ich persönlich hätte jetzt, ich mag den nicht, aber klar. Vollkommen egal. Genau. Er ist Präsident geworden. Er ist Präsident geworden. Und ich glaube, dass man daraus sehr, sehr viel lernen kann. Also da stimme ich dir vollkommen zu. Bevor das jetzt wieder vermischt wird mit irgendwelchen Ansichten, die der Mann teilt, die teilweise auch grob wahrlässig und falsch sind. Aber diese Authentizitätssache, die fehlt definitiv. Also die fehlt vollkommen. Einfach transparent, offen. Gut. Diese Transparenz, die ist überhaupt nicht da. Also für mich ist es teilweise gar nicht mehr ersichtlich, wie so eine Entscheidung so getroffen wird, wie sie getroffen worden ist. Aber zu der GameStop-Sache, was ich jetzt nicht verstehe. Also ganz banal. Wenn ich jetzt 100% Aktien habe, wie können 112 oder 130% dieser Aktien geshortet werden? Also wie geht das? Also warum geht das? Rein technisch geht es nicht. Aber wenn ich bereit bin, mich in den strafrechtlichen Raum zu bewegen, dann verkaufe ich die und der Typ auf der anderen Seite möchte sie geliefert bekommen. Da sage ich, ey sorry, ich habe irgendein technisches Problem, die Börse hat nicht funktioniert. In drei Tagen kriegst du das Ding. Und in der Zeit setzt man auf fallende Kurse. Und es ist nicht okay. Es geht. Du kannst dir auch ein, ähm, du kannst, frag doch mal eine ganz andere Frage. Wie kann es sein, dass so Kernsachen wie Gold oder Silber in Fonds und anderen Vehikeln 85 Mal verbrieft sind? Das ist ja auch eine gute Frage, oder? Ich habe einen Goldbestand von einer Million weltweit, das ist nur beispielhaft, das ist einfacher zu erzählen. Und 85 Millionen in Wertpapieren. Das ist doch krank. Das ist überhaupt keine Basis mehr in der Realität. Achso, das heißt, die Menge ist 85-fach als real. Als der reale Goldbestand weltweit. Und jede, nicht jede Betreiber, aber einige sehr große Banken und Finanzinstitute sind bei der Goldpreisenmanipulation schon auf Milliardenstrafen verurteilt worden. Und das bringt, das bringe ich wieder zurück zur GameStop-Community. Die dürfen das. Die Regierung und die Zentralbank, also die Zentralbank primär mit den Regierungen, können die Zinsen so manipulieren, dass dem deutschen Sparer in 10 Jahren 500 Milliarden geklaut werden. Dann sagen sich 8 Millionen Kontoinhaber, auch etliche in Deutschland, Investoren, Junge, größtenteils. Enough is enough. Ihr macht die Elitenreiche. Was ist mit uns? Wir spielen jetzt mal mit. Wir organisieren uns. Ich bin jetzt auch nicht jemand, der sagt, macht was, weil hier könnte man auch sagen, die kombinieren sich und das ist auch eine Form der Marktmanipulation. Aber wir leben in dem manipuliertesten Finanzzeitalter, was die Welt seit der Entstehung des Geldes vor 6000 Jahren erlebt hat.